Liebe Leute, grüßt zum Witz von Lutger. Heute der wie eine 6 in Deutsch Witz. Moment, nur weit. Liebe Leute, grüßt zum Witz von Lutger und wo es mit meinem Fankasten war schön, geht zum Schub bei der Internetseite. Und der Witz ist von Sange und grüße gehen von Ihnen an Herrn von Führing und den Karl Marx von hinten. Und der hat in den Witz über E-Mail geschickt, könnt ihr auch. Und da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der wie eine 6 in Deutsch Witz. Er geht so. Vater zum Sohn, wie eine 6 in Deutsch. Und er sagt, hab doch geübt mit du. Hab doch geübt mit du. Vater zum Sohn, wie eine 6 in Deutsch. Hab doch geübt mit du. Und Erklärung, der Sohn hat eine 6 in Deutsch. Anscheinend ist der Vater Ausländer und so. Und dann können die Grammatik nicht so. Weil der Vater sagt dann, hab doch geübt mit du. Das passt ja gar nicht. Ich hab doch geübt mit dir. Und ich hab doch geübt mit du. Das wird dann angehakt. Und wenn man es öfters ist, hat man dann eine 4, 5, 6. Okay, ciao, kaum wieder abonnieren.